Die Firmen-ABC-Redaktion empfiehlt folgendes Unternehmen. Hinter der Holzbau Lengauer Stockner GmbH verbirgt sich ein Tiroler Traditions- und Familienunternehmen, das bewährte Arbeitsmethoden mit innovativen Techniken kombiniert. Das erfahrene Team rund um Geschäftsführer Martin Lengauer Stockner plant, fertigt und errichtet aus dem nachhaltigen Werkstoff Holz die unterschiedlichsten Gebäude und Konstruktionen. Dazu gehören Holzhäuser in Massivholz- oder Holzriegelausführung, Anbauten, Aufstockungen, landwirtschaftliche Bauten, genauso wie formschöne Fassaden, Wintergärten, Terrassen und Balkone. Damit die Produkte allen Kundenansprüchen gerecht werden, erfolgt die Holzverarbeitung in der modernen Werkstätte. Das Unternehmen ist ausgezeichneter Firmen-ABC-Partnerhandwerker und ein empfehlenswerter Arbeitgeber, der als Ausbildungsbetrieb vom Land Tirol schon mehrfach ausgezeichnet wurde. Holz lebt und wir leben Holz. Das mehr als bezeichnende Motto von Holzbau Lengauer Stockner.